Hallo und willkommen zurück zu Minecraft. Hier auf der Mauer, mit Internet. Ja. Und natürlich Keksi und Steffi. Yay! Ich hatte den Timer auch gar nicht vergessen oder so. Nein, überhaupt nicht. Das passiert mir nie. Ist das das richtige Holz? Du bist ein richtiger Profi, Keksi. Ich bin stolz, mit dir arbeiten zu dürfen. Ja, ist kein Problem. Das Rathaus ist toll. Richtig, also. Was ist toll? Das Rathaus. Oh, der Keller ist jetzt nicht mehr nicht. Ja, der Keller. Da habe ich nur mal eine geheime Holzkiste, die ich irgendwo mal hingestellt habe. Oh, der räum ich jetzt aus. Ich wollte mich, wusste nicht, dass ich die hingestellt habe. Ich habe die einfach nur hingestellt, weil ich zu viel im Inventar hatte. Nicht, um irgendwie was zu verstecken oder so. Ja, ja, das sagen ich alle. Ich habe verloren, die Kiste passiert nicht noch dran. Steffi, du hast doch so viel Zeugs. Hast du auch Leitern? Leitern habe ich tatsächlich auch. Oh mein Gott, ganz ruhig übergucken. Wo ich mir habe. Also ich bin nicht, ich habe einen Schuh, aber mein Schuh. Das ist sehr gerade, und ich kann mal ein Schuh rum. Das schmeckt, ich bin nicht, ich bin nicht, hey, 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 komm nach links. Hi. Hallo. Da warst du erstmal ein Knicks vor mir. Ähm, bist du still? Ja. Licks einfach in die Küste, okay. Jetzt liegen sie davor. So neun Stück mehr habe ich, glaube ich. Ach, neun reichen. Das ist schön. Dankeschön. Tür hier oben zu? Nö. Das stört mir, wenn ich da hin und her renne, dann laufe ich dagegen. Das sieht dann wieder sehr intelligent aus. Ich habe hier mal ganz froh, ich habe mein Handy auch vollgekleckert mit Tee, merke ich gerade. Ich muss hier gerade mal, äh, ups. Ist stark bekleckert. Ah, geht schon. So, sieht doch schön aus. So, reicht das für den Fußboden unten? Joa. Vielleicht. Treppen, da sind Treppen. So. Hm? 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 So, oder muss das? Hm? Das ist... Ein halber und... Äh, einer fliegt sich. Da hier wäre das hier nicht gut. Boah, das ist ja lieb. Ich habe keine Kohle dabei. Gott, da kann ich nur ohne Kohle aus dem Haus gehen. Kleite. Bitte was? Kleite. Ich habe es auch noch nicht verstanden, bitte. Ob du pleite bist. Achso, ja, auf jeden Fall. Immer doch. Ist traurig. Tür scharren, das liegt bestimmt am Regen. Ich habe ein Log-Indy-Low-Verschied. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Der war so schwer, dass er stecken geblieben ist. Der war so schwer, dass er stecken geblieben ist. Okay, das heißt mit mir oder mit Steffi? An den Block, der in die Luft gesetzt hat. Ich wette, ich darf diese Schicht bestimmt gleich wieder wegtragen, weil ich gesehen habe, dass... Es brennt! Hier ist ein Blitz eingeschlagen und das Feuer ist weg. Es brenne auch nicht mehr. Oh, ich komm hier nicht mehr raus. Hallo? Hilfe? Rettet mich? Hilfe? Hilfe? Creeper! Die! Oh, zum Enderman! 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 Verpufft der nicht im Regen? Doch, der heult ein bisschen rum, aber... Hm. Ja, genau so. Scheiß Wetter. Hätte ich auch in Deutschland bleiben können. Ach, kacke. Ich dachte gerade, die Kühe wären irgendwelche Monster. Auf jeden Fall. Die Killerkühe. Das ist bestimmt das neue Monster, das kommen soll in Minecraft. Gibt es tatsächlich einen Horrorfilm mit Schafen? Das Schweigen der Lämmer? Nee, den hatten wir schon mal. Echt? Hat man darüber schon mal geredet? Ja. Oh, verdammt. Ich kann mich nicht dran erinnern. Doch, das habe ich nicht. Das gibt ein Horrorfilm mit Schafen. Der hätte es mir erzählen können, das wäre mir nicht aufgefallen, also... Stammt. Ich hätte gespannt zugehört. Gespannt und fasziniert. Achso, nee, über den Film haben wir selber nicht geredet, aber als ich dann das Schweigen der Lämmer gesagt habe. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Ich hab ihn immer noch nicht geguckt. Schweigen der Lämmer. Schweigen der Lämmer? Nein, äh, dieses andere da, da, dieser Kruselschafel. Das ist doch gar nicht, der heißt. Schweigen der Lämmer? Nee, das ist was anderes. Ehm nicht. Das Schreien der Lämmer. Die Arme Lämmer. Bitte was? Die Arme Lämmer. Lämchen. Wie auch immer. Das ist echt ein Dilemma. Haha. Boah, ey, was ist denn das hier? Neue Zuschauer? Ja, ich bin immer so lustig. Kann das Wort nicht mal aussprechen, oder? Lustig? Was ist das? Okay. Die Mauer nimmt langsam Gestalt an. Ich glaub, in den nächsten Folgen verschöner ich sie auch so ein bisschen. Also, dass sie von außen ein bisschen attraktiver aussieht, weil wenn man so keine Ahnung vom Rathaus drauf guckt, da sieht man ja einfach nur eine Steinwand, weißt du? Vor allem weißt du, als würde ich einen von euch ansprechen. Ich rede einfach nur so in die Runde. Wisst ihr. Boah. Warum hast du hier eigentlich bei der Tür hinten am Por zwei Druckplatten hingemacht? Damit man da nur durchlaufen muss. Ah, okay. Oh, eine Hundehütte. Wie lange steht die denn schon hier? Äh, nicht lange. Bront. Hallo Bront. Weißt du jetzt, wer es ist? Ja, das wusste ich auch schon letztens. Ach so. Weiß nicht mehr, wie ich es rausgefunden habe, aber irgendwie hab ich es rausgefunden. Ich bin so ein Intelligenzbestie. Da bin ich blöd. Ja, erzähl weiter. Eine Intelligenzbestie. Boah, bin ich blöd. Perfektes Timing einfach. Schweinchenbänder. Schweinchen. Wir gehen die nicht in ihren Unterding-Bumpf, in ihrem Unterstand. Weil es dumme Schweinchen sind. Sind dumme Schweine. Nein, sind die nicht. Erstmal die Schweine beschützen. Schweine sind toll. Rüdiger. Rüdiger. Alles Rüdiger. Das sind die Mehrzahl. Rüdiger. Rüdiger. Nur Rond. Warum sollten wir nicht widersprechen? Wir haben uns vorgenommen, nie wieder darüber zu sprechen. Das ist nie passiert. Das waren wir nicht. Das haben wir einfach bei anderen Leuten geklaut und dann haben wir geschnitten. Ja, ja. Ist hier irgendwas, was explodieren kann? Nein? Oh mein Gott. Was denn? Ich brauche nichts. Das ist schon gut. Hä, habe ich das nicht eben... Habe ich das nicht eben weggemacht? Ach ne, ich habe das auch so... Was ist denn? Nicht weinen. Ach doch. Wird doch alles gut. Du sagst es so in deinem jugendlichen Leichtsinn. In einem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe keinen Stein mehr. Ich denke, weil ich falle da runter, aber ich falle da eigentlich nie runter. Weil da überall so Sicherheitsdinger sind. Julio? Was? Ich wollte einfach irgendein... Ich wollte irgendeinen Wort in Raum wer. Ich habe es gar nicht verstanden, das hat mir wieder gehängt, gehongt, gehongt. 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 Du meinst, wie viele Streben das Rad hat, also... Ich weiß nicht streben, sondern... Es hat vier. Vier. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie es sein soll. Egal, was es ist, ich habe vier. Egal, was du meinst, es sind vier. Ich glaube, ich habe das falsche Holz... Ach, ist egal. Schön, wenn man weiß, was man machen möchte, haha. Nee, nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele... Habe ich hier denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kaum noch Pfeile. Wir haben noch Federn, das ist gut. Wir haben auch noch... Pfeile. Wenn ich hier runterfalle, will ich bestimmt gut. Aber das macht nichts. YOLO. YOLO. So. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Wirklich, du kannst. Hä? Krass, oder? Hab ich neulich in der zweiten Klasse gelernt. Boah, krass. Soweit schon? Ja. Ja. Weit habe ich nie geschafft. Heutzutage kann man ja alles nachmachen. Auch die Grundschule. Aber nur, wenn man schlau ist. Ja, es ist nicht mehr so easy wie früher. Oh, die hat das Fenster stört. Die ess ich. Nee. Dünne, lecker. Oh, geil. Aua. Aua. Hast du genießt, oder was war das? Nein. Okay. Okay. Okay, ist okay. Er sagt Aua und er fragt mich, ob ich nie so... Ich hab wieder vergessen, wie man einen Zaun macht. Achso, ne, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, alles gut. Ich hab hier nicht letztens ne Kiste, wo ich einfach mal alles reingeworfen hab. Nein, das ist die Steinkiste. Was, die in meinem Zimmer? Irgendwo hab ich mal alles reingeworfen, was ich nicht brauchte. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwann. Was war eigentlich die Zeit? So zum Thema... Tick, tack. 15, okay. Äh, was denn das? Oh Gott. Wie nehm ich das nicht auf? Wieso? Hast du ja gemacht? Bitte. Das war bestimmt... Das war bestimmt schon doof. Ja. Hast du jetzt bestimmt nen Knopf hergestellt? Nee. Hä, wärs denn noch so blöd und stellt einfach nen Knopf her? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wer so etwas dupes machen könnte. Ich hab vergessen, wie ich das hier machen wollte, warum ich das jetzt weggemacht hab. Wolltest du nen Knopf machen? Wieso bin ich hier nur gelandet? Was mach ich denn hier die ganze Zeit? Nee. Was? Reden. Reden. Nein, ich rede gar nicht. Noch nie geredet. Sie ist schüchtern, weißt du doch. Hochfrissen lassen. Weil die Menzi irgendwas aufregt, da wird sie total verschlossen und ist leise. Möchtest du mir irgendwas sagen? Ich doch nicht. Nein, ich hab nicht genug Zünde gemacht! Kann ich mir ohne... Kann ich mir ohne Crafting Game machen? Yippie! Wovon hast du denn nicht genug gemacht? Zäune. Heune. Heune? Heune. Heune. Ich hab nicht genug Freunde gemacht. Oh, ich hab die Stickies weggeworfen. Ach, Zäune. Ne, Zäune. Ach so. Heune. Über die... Über die... Die Dingslos muss ich weiter machen. Verstehe ich? Jetzt hab ich nicht mehr genug. Hool... 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 Mann ey... Äh... Hallo? Äh... Was soll das? Äh... Ja, ich glaub das sieht bestimmt scheiße aus, aber... Ich mach hier mal alles weg und geh mal gucken. Was ist denn das? Was hab ich hier gemacht? Hä, ich werd dich benutzt noch nicht. Das weiß ich leider auch nicht. Bin ich jetzt in der Mitte? Nein, ich bin nicht in der Mitte. Hm, was mach ich denn hier hin? Was mach ich hier hin? Kennt ihr das, wenn er einfach schreckt nach rechts geht? Wollt genau in dem Moment ein Block setzen und plötzlich kommt ein Loch und ihr fallt runter und setzt ihn falsch. Das ist lustig. Oh Mann. Also... Wem ist das denn noch nie passiert? Also... Wem ist das denn noch nie passiert? Und das ist... Es geht, es geht. Ist denn wirklich ernst? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. So ne ähnliche Musik hab ich sogar in der Playlist. Ich find das toll. Ich komm an meinen Dreck nicht ran. Aua. Was? Ich hab verstanden, ich fick meinen Dreck nicht ran. Ne, ich hab gesagt, ich komm an meinen Dreck nicht ran. Also es war ähnlich eigentlich. Ah, okay. Aua. Boah, so viel Dreck auf dem Boden, geil. Dreck, 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 Dreck. Der gute Dreck. Mal Staubsaugen. Sobald wir mit Schutzfahren fänden das bisschen toll. Die Frau war sehr Intelligentes gemacht, das sieht wunderschön aus. Was ist das denn? Was hab ich denn gemacht? Das ist ja hässlich. Ah, was ist das? Oh, ist das schön. Nicht? Scheiße, Alter, was ist das? Oh, ne. Ich hab mich verzählt. Zweite Klasse? Ja, eigentlich. Ich werde es aber abreichen. Boah, das muss ich wegmachen, Alter. Bevor irgendwer das sieht, ganz schnell weg. Alter, ist das voll... So was passiert, wenn die ganzen Leute bei mitten im Leben und die jüngste Schulekinder, dann kannst du irgendwann bei Minecraft dann sieht das so ausgehen. Ja, genau. Das ist ein wunderschönes Fenster, was ich da eingebaut habe. Ein fancy Fenster. Ein fancy Fenster, ja. Auf jeden Fall ist das fancy. Ich mein, hi. Hi. Womit mach ich am schnellsten Wolle weg? Beere. Oder Feuer. Ja. Ich glaub, ich will mal gucken, was Keksi verzapft hat. Ne, ich mach's grad weg. Geh weg. Das ist nur Ruhe, Alter. Nein, mach das nicht. Ich muss das gar nicht mit wegmachen. Weg, 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 weg. Geh weg, weg, weg. Geh weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Geh weg. Geh weg, Alter. So. Fast alles wieder weg. Das ist wunderschön. Die Reste die ich noch sehen kann. Du siehst gar nix. Deine Augen spielten ja in Streit. Hier ist nix zu sehen. Geh'n Sie weiter. wir gehen sie weiter in dieser Kaffee mit über die Noten sind wir eigentlich zum Thema gehen sie bitte weg ja warte ich muss kurz 21 1 20 Aua Aua sag ich mal danke fürs Zuschauen sag mir nochmal gar nix ich sag gar nix okay ja ich glaub ich hab alles weg ja ok tschüss ne warte hier nicht noch ne Wolle ich muss hier kurz mein Stuff wieder einsammeln nicht hier oben das war wieder Staub war waschen Staub waschen ja in der Waschmaschine weißt kennt das nicht doch man wie immer Moin Moin ich muss hier kurz mein Sachen einsammeln ich krieg hier gleich Aggressionen Aggressionen ach erst mal skalieren so ich glaub ich hab alles ok tschüss ok ich hab heute keine Zeit bitte was ich hab heute keine Zeit für Eskalation genau ah danke fürs Zuschauen bis zur nächsten eskalierenden Folge von Let's Play Minecraft Tschüss Tschüss Tschüss